Hi! Und auch heute eine Botschaft für dich. Konzentriere dich auf deinen Herzensmenschen. Konzentriere dich auf deinen Herzensmenschen. Ja, die Antwort lautet Ja. Er sagt Ja zu dir. Er sagt Ja zu Liebe. Er sagt Ja zu den Gefühlen. Er sagt Ja zu seinem Leben. Er sagt Ja zu dieser Begegnung. Er sagt Ja zur Leidenschaft. Er sagt Ja. Ja, 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 ich liebe dich. Also das ist von Grund aus eine Offenheit. Und das ist wundervoll. Und sage du auch Ja. Dann erlaubst es ihm auch das mit dir zu leben. Öffne dein Herz und sage Ja. Bis bald!